19 Leute zu Kurs feiern mit den Schocken IP 1 gegen 1 nach unten gehen jetzt nicht das kinderfreundlichste Spiel der Welt das muss man erst nein und das ein Mann einfach zu reißen äh Salians the game der Welt ja auch aber der Bequemier mit Null wort das hat die Kammer geholfen ist ja toll ich hab glaube ich acht Minuten häufig eingestellt dass wir auch spielen kann ich zielen ich kann nicht ziel war nicht so richtig englisch ja also wie Kornosteck ja wie Kornosteck habe ich doch vorhin schon gesagt hinterm lol scheiße was du für ne geile Waffe kann ich die aufnehmen mit F kannst du deine Waffe weglegen Alter das ist behindert ja voll der Rückstoß hier das sieht aus wie Kornosteck 1.6 was das ist eine Waffe ja wie war das du machst mich fertig mit F kann ich sie nehmen komm wir machen mal ein Nifel komm 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 ich messer dich komm komm ich messer dich kaputt hm oh fuck oh lol wir haben die in was zu gehen Kiepik was das kann ich ja jetzt machen 8 Uhr kummer ich kann es weiter kürzl 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 den Ausgang aus. Nein, ach, fuck, ey. Ich muss über den. Na, kannst du doch den anderen nehmen. Fick den! Okay, Mongo, Alter. Mongo Pete. Lol, der knifet mich, Alter. Mongo Kevin hat mir zu geschlagen. Ne, Action Kevin. Alter, der hat's gestern. Lol, in die Fresse, nein. Wie kann ich denn die Waffe nehmen? Ich will die Hammer. Ich will der Kevin nicht werfen, wenn wir die Fanaten rum. Der Ball hat auf mich. Wie geht's mein Dein Sponsor sein? Lol, am Arsch. Komm, sagst du, geh mal dick Sniper an? Jo, mach. Mach mal mal ein Sniper, ey, wenn ich tot bin. Ja. Und wenn ich tot bin? Pfff. Ja, ich mach so lange. Messe Action hier. Wo bist du? Hallo! Okay. Ja, B und dann. Auf die zwei, da musst du Sniper haben. Ich hab doch schon. Hast schon? Ja, bin nicht dumm. Noch nicht. Ja, hab ich glaube ich auch. Was hat behindert? Warte. Vor allem mit dem Scheiß Zoom, ey. Boah. Alter, meine Mauseempfindlichkeit, ne? Nein, meine Granate, ey, ich bin so behindert. Oh mein Gott. Warte. Wie ging eine Einstellung? Kannst du das nachher nochmal erklären? Ach, kann ich auch hier drin? Äh, kannst mich mal bitte kurz... Töten? So, controls, mausensivit, t-v-t-v-t-v-t. Ah, da wie später, wie später kill angerechnet wurde. Oh Gott, jetzt viel zu lang. Control, mausensivit, t-v-t. 35? Na, 35 ist gut. Wie kann man denn schnell Waffen wechseln? Geht das irgendwie? Ja, mit einem Mausrat. Ja. Ey, Sniper war ausgemacht. Na, sorry. Warte, kann ich jetzt auch noch ändern? Ne. Nur in dein Spawnschutz noch. Da mach ich lieber... Mach lieber Selbstmord. Ja, ne. Schöchentlich. 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 Mal wie lang sind... Lachen zu laufen. Hallo auch kент. 12 Semmars-Bahn reinlaufen. Loll. Ja genau, wirst. Zweites Sniper-Bowst gemacht. Na, ne, mal halt beide Musik kommen wir machen mehr und Tai-Tradien hier. Loll, Loll, in die Fresse, nein. Loll mit Rechtschkrans zu stechen. Ach was. das war so schön zu machen das Spiel noch nicht Europa ach so ist mit Messer-Duell war ja und bis zu Neul für die Karte im Dorf Jo Monge kann ein Messer-Duell da kann ich doch auch die geile Klasse nehmen so ein schnitt es ist sicher so alt am Arsch Verschützungsführer aber auch so und mit Granatensatz ich bin er wir sind so behinderte vor allem dass er sich die ganze Zeit bei mir lebt es überhaupt nicht zuerst mal einstellungen schon hoch Wart mal kurz guck mal wegen der Steuerfonds um ob sie noch irgendwas tolles gibt mir alles die vor Ort kamen zu spät Kuh auch auf 5.4 angeblich und sie viel das muss uns kaufen muss man nicht kann man kaufen mit dem Geld wasserverdienst die Fluss um das echt kommt sie haben die verdiene ich gelten indem ich kürtel er muss verkaufen genug B oder eine Nasselung in den Hütern schickt das nicht ich habe das ist ein Leben kaufen aber muss ich so kaufen da er er solltet so viel so was sie mit einem hoffen doch so eine geile Woche für die Snyder welcher Ort nein ich meine jetzt von Maschinen dazu die ich mir kaufe mein Doppel da ach so als kann man sich vor allem ein Kriterium aber das erkennt an jungen das Spiel das ist immer mit mir hat doch auch durch die Fresse Junge aber man spätig soll wie es ist gelegt hat das war die oft von der Elisabeth ich guck mal wegen Video zu ich habe auch schon er hat nur noch 50 Sekunden ist ohne zu Ende das ist auch schon mal machen ja das kann ich ja außerhalb des Spiels muss ja außerhalb des Spiels Mauer Feier in der Hohen ja 7 auch ja man muss uns dann machte denn das Köln wie das ist und in der Fülle das Team der Fülle Köln ist nur mit Schandt Bob ich weiß ich hab dich gesehen ab ab ja zum Glück liegt das auch gar nicht bei mir rum er gewinnt gerade unge Prozent er hat zwölf zehn und ich hab neun dreizehn Fick dich Leil ja jawohl wir müssen wir können es glaube ich nicht mehr machen nur noch mit Messer geht das am Ende Flexcreen achso und jetzt auf Save ne auf ok auf Save da schweiß ich so ausspielen wie kann ich denn mein Zeug umbauen? ich muss die Reiter im Shop da kannst du kaufen los nur Scherz kannst du das machen mit den Klassen und da bei den Schock der Cashmachschung Kapsualer Schmerz ist er hat er Kälschen Prozent ich will muss ich meine Punkte auch da drüben 36.000 ich weiß nicht nur was kaufen um Mikroganil ist Alter ich glaube ich kaufe mir die Mauer für einen Tag nur was ist wenn kein Tag dahinter steht und es wird können aber nicht kaufen die König mitkaufen von dem Kommen machen noch mal mehr so immer auf Ressie ich kann ich noch mal meine Ausrüstung ach da 1 2 3 eh krass klar ja ich glaube also von mir aus ich weiß nicht wie wir zurückkommen nein einfach oben auf dem Pfeil welchem Pfeil ach da welcher Pfeil ok von mir aus dann muss Redi drücken ok jetzt ich will mal diesen Uzi ausprobieren die ich gehabt bekommen habe beziehungsweise gekauft habe und danach machen wir noch in der Messer-Owner in der Spiegel ja Backscreen sind das für kleine Karten sind die immer so klein oder ja naja nicht alle aber diese zwei hier schon Kill all enemies ja deinem Arm Ruhm ins Unruh auch Gott halte die Waffe Hetscher alte die wie die Waffe zieht nur kleine Mütze so ist das nicht ausprobiert noch ein Messer-Owner ja warte ich will mal versuchen meine deine Waffe zu nehmen ich kann irgendwie nicht nehmen aber doch jetzt habe ich so äh so ist gemein Messer ja sorry so jetzt können wir Knife-Owner von mir aus Granate aber wie das hier leckt Junge ey wie das hier leckt das gewinnt gar nicht ach fuck ich wollte die Teebeutel ey Side geht und noch mal ihre Rückzug soße mit dieser Bühne sowas mit Katana der Jahr Kattik aus und das nachher mal online spielen ich bin noch ein paar Stimmte auch wieder Einfach über die Wacht drüber laufen Das wusste ich nicht Ey, nicht schießen Kannst du mal bitte kurz schießen? Mal gucken, ob man auf der Minimap markiert wird Ne, wollte man nicht? Oder schießt du mal? Ja, genau Schießt du mal, weißt du? Ja, ey, ich stand doch unter dir Ich wusste doch, wo du bist GamerTV 96 Ja Hallo Jawoll Ich muss verarschen Also, kleine Mungo Mungo Kevin hat wieder zugeschlagen Komm, soll ich mal Selbstmord machen? Selbstmord Brauchst du nicht, mach ich für dich Ach, dann halt so Ja, Mann Scheiße Dich getötet Oh, 64 Ich bin positiv Nein, nicht was Moin Ich hätte mir eigentlich aus Prinzip ein anderes Sniper kaufen müssen Ach, komm, du deine Billig-Kartan hier Mein Mess ist viel cooler Mhm Das ist so Wohlwoll Wohlwoll Alter Von hin denn Was habe ich mir jetzt auf der 2 Ja immer noch den Kack-Sniper mit dem Behinderten-Zoom. Ich dachte, du stehst hinter mir, Alter. Nimmst du eigentlich noch auf? Fire in the hole. Mutti. Geht das mit Duck-Jump? Nee, geht nicht. Duck-Jump. Duck-Jump. Schiss. Wo wirst du denn, kleiner Mungo? Da Mungo Kevin hockt in seiner Base. Echt? Ja, genau, mit Waffen oder was? Loll. Ja, ein Sniper gegen MG oder was? Komm, noch mal an der Base vorbei. Na ja, warum nicht? Warum jetzt? Nein, ich hab' deinen aufgehoben. Jetzt hab' ich keiner dabei. Ey, ich hab' dich getroffen, oder? Loll, ja, du, guck mal, du leuchtest rot. Komm mal zu mir, das Spawnschutz. Das Spawnschutz, na, du hast ihn jetzt schon zu Ende, bis ich da bin. Feuer in the hole. Jetzt hab' ich... Loll. Komm. Oh, die ist direkt über mir explodiert. Ach, tach. Perfekt. Alter, jetzt ist das bei mir übelst geleckt hier. Headshot. Hallo? Wo? Feuer in the hole. Ich weiß auch, dass du hier hinlust, Kevin. Komm, Kevin. Loll. Ja, genau. Ich kämpfe da, aber die Waffe ist gar nicht mal so schützig. Stürr. Loll. Es gibt... Na, wie auch immer meine Waffe nimmt, ey. Jetzt hab' ich... Jetzt hab' ich deine Waffe, jetzt hast du das Problem, aber jetzt mach' ich kaputt. Loll. 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 Mit Schott. Willst du dich verarscht? Kick-Voting, nein, ich will dich... Action, Kevin hat wieder zugeschlagen. Action, Kevin. Voll die Pieter machen. Du musst das eigentlich denn? Oh, oh. Oh, Piet. Jetzt kann ich nichts tun. Gucken wir grad' hier das Sniper-Pack holen. Loll. Aua. Loll. Ah, jetzt. Wie spät ich geredet bin, ey. Die ist schon explodiert, da bin ich erst gest... Danach bin ich erst gestorben. Feuer in the hole. Ist das logisch, sollst du davor sterben, oder was? Ja, nein, genau zur gleichen Zeit. Komm, wir machen jetzt mal hier richtig SWOT Action hier. Sch-sch-sch-sch. Loll. Loll. Alter, sich nur dein Leben eigentlich, wenn du mich tötest? Weiß ich nicht. Loll. 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 Alter, wie das hier bei mir leckt, Junge. Du pultest dich bei mir durch die Kante. Das sind die Standard-Ausreden, Kevin, da sind die Standard-Ausreden. Ja, na, ist so, die Kanada hab' ich gesehen und alles. Aua. Ja. Geil ist, ich kann hier schon funken. Ja. Du darfst eigentlich schon deinen ersten Level abhaben. Man merke ich nicht, wenn ich Level abhaben. Weiß ich nicht. Scheiße, Sport und Schott, Sport und Schott. Leuchert 1 gedrückt. Fünf Plenbomb. Press 5 Kiel. Ex-IV-Bomb-Zeit und Kräger im Spiel ähnlich. Ich hab' wieder meiner BASE. Wart sie gar nicht, wo, was wahrscheinlich wieder an meiner. Das so, wir machen Sniper-Krieg. Gleich, wenn ich gestorben bin. Äh, in der nächsten Wunder, weil, die hier nur für 50 Sekunden geht. Komm, einmal, einmal kannst du mich noch kennen. Einmal komm ich noch zu dir. Arno, kleiner Mungo. Jetzt mach ich jetzt mal jetzt. Nein, ich muss sich noch einmal kennen, dann will ich gewinnen. Obwohl ich dann wahrscheinlich verlier. Wir rennen hier so im Kreis. Ja, wie das bei mir er leckt ist auch gar nicht übertrieben. Nö, ne! Ich kapituliere nicht. Ich volh meine Gegend resort. Ja, tu dich erst recht, Junge. Reg tue dich nicht auf. 0 nein alter ja man nutze ich hab gefeiert ich bin der Kevin auch scheiß ich wollte dich noch mit töten ne so mit Messer töten weiß ich nicht irgendwo hier my info äh ne ich weiß nicht hab ich jetzt wieder Geld bekommen eigentlich oh ganz wenig oh ok alter was es hier für geile Waffen gibt ne Leute hier gibt's Minigun hier gibt's Minigun für einen Tag Red Smoke gibt sogar Granatentypen verschiedene Smoke Grenades das sind die primary ich glaub schon mal eine neue primary wenn ich genug Geld hab aber welche ne das ist hier die Frage mach dich mal ready ich glaub die P90 nicht ich geh erstmal pingeln bis gleich Leute so Leute wieder da bist du ready mach mal ne ich muss ich will wissen wie ich meine Waffen wieder umstehen kann ja ich hab's auch immer ja äh hast du mich jetzt eigentlich schon gefreundet ja du müsstest nur noch annehmen nachher irgendwann mal ja ich guck dann mal oh Transportschip kenn ich nicht das ist ein Schiff ja das konnte ich mir jetzt auch grad noch so denken lol beim Sniper für kein Sniper weil ich darf keine andere Klasse nehmen n 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 als ich komme mit dem Grunde ist das bei mir denn so ich habe ein 64er Ping n n n sich mein Ding Status 390 bei mir hast du noch nicht zu tun n zunächst Lدم n n persist n n n ja irgendwo zu und ist einbeziehungsverhältnis ja die gleiche neue und dasлюс M700軍 1 000 der Geld Tatsache ich weiß schon mal wo der ins Bonus ne doch nicht boah das ist ja geil man kann hier sogar unter Stack ich hab Schritte gehört hier war uns lol ich merk das ja mal geil oh lol da ist ein Heli willst du mal pro Tee? nein ich will kein Tee fauch mich nicht so an jetzt dann er will ich den ganzen Tag wenn du einfach nur rumläufst ich für das Übelst ja ich weiß nicht wo du bist mal so kurz was steht nur unter deiner Karte sag ich dir nicht dann wirst du nämlich wo du ruhig bist scheiße schieb es ist immer noch oben ich glaube ich werde es mir hochgekommen ist oder auch nicht auf dem Weg wie ich sonst immer auch zu dir gekommen da bist du woanders ja genau ja man locker es macht sich nicht nur die Kosten hoch sich verarschen durch die Mitte muss man dürfen ja ich hab nur auf dich gewartet dann kommst du von der anderen Seite Lott Fick dich Messer aber wie das bei mir liegt Junge das so schlimm du triffst mir wurde mein weit weg bist ja sie ist da nicht es kann ja auch sein dass es bleibt und es ist ein paar Regionen aber ich glaube ich wusste doch wo es nur ich habe mich wieder hochgekommen bis so ich habe eine Waffe geworfen das ist nicht so gut in der Tat hat sich nicht laufen wo liegen die dort ich das sind ein Stück irgendwo verliebt ich ja dort also Fick dich und schwierig die Kräfte von Mauer und zwei Sekunden früher oder später so so die ich kann meine Anträge Klasse gibt zwar nehmen aber Loll aber dann muss Messer scheißen spürt mit dem Doppel Stürmer ja nein das keine Waffe dabei wird sich verarschen meine ich geworfen ist gut genau wie er mich in der Nähe jammern nicht bin ich würde ja sowohl in den Baustrennen mit dem chemotherapy zu tun Prozent und nahe 1 zu 6 Jahre weil wir durch die Wand gegangen bist jünger das ist eine Worte er tut mich nicht ich zeigte wie man doch hochkommt es sind ihm würde ich sagen und hier oben lang recht ich zeige es dann auch weiter er habe ich zeige ich zeige dass er noch bei deiner Welt fehlender muss auf jeden Fall noch weiter hochklettern oder wir gehen noch mal das ist bei mir so recht für das ist ein Freund in was zu tun es gibt es nur ich habe drei Augen bei meinen eigenen Spielchen drücken ich glaube bei meiner base weiß ich auch da ist auch so ein Weg geht folgt mir noch mal ich bin schon oben hallo 9 und nur durch du hast gerade weiß du bist hier im langen Verlangen auf dem Kumpel ja oder ich weiß es bei dir ist er wird dass man dann aber es finden zu sich töten dafür er kommt 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 hier kommt Moulin das Doppel das Doppel dessen nervt mich übelst ja dass sie um auch da wirst du warm sagt am kopf vorbei es hat ihn mit weißer statt man hier kriegt machen hohassen das wird auch noch ein paar klasse nicht geändert der klasse ach scheiße ist so scheiße als mitmacht und töten ein goldner auch danke ich habe auch schon weil ich nicht vor kann ich auch machen wo es sei nicht wo ich bin keine Ahnung ja ich bin jetzt auch aus einer widerstehenden Junge ich merke gar nichts mehr Lohr Mala das kann man nicht ewig spielen hier kannst du mal stillhalten da wird bei mir liegt ich besser jetzt noch drückt gar nicht mehr Alter das zu entgegen auf dem Sack da ich mache ich meine Kanacke Messer und ich mache gar nichts mehr ich weiß die Waffe schließt die ganze ja mann zu müssen kann ich nicht mehr im Kopf weil sie das schon voll nach unten gepackt angelegt weiß und weißt du wie du die ganze Zeit nächstes ist unerträglich eigentlich na verloren und alter wir können jetzt nicht mehr weiter spielen